Öffnen Sie die Mercedes-Benz Apps am Bildschirm in Ihrem Auto. Ihr Mercedes wird Sie fragen, wie Sie sich verbinden möchten, über Wi-Fi oder Bluetooth. Wir zeigen Ihnen die Bluetooth-Variante. Wählen Sie Bluetooth. Suchen Sie nun nach sichtbaren Bluetooth-Telefonen. Stellen Sie dabei sicher, dass Ihr Smartphone für die Umgebung sichtbar ist und dass die Bluetooth-Internetfreigabe aktiviert ist. Akzeptieren Sie den erstellten Code im Smartphone und im Fahrzeug. Haben Sie Bluetooth gewählt, bietet Ihr Fahrzeug Ihnen nochmals die Verbindung über Wi-Fi an. Wählen Sie Nein. Ihr Fahrzeug wird sich nun mit Ihrem Smartphone verbinden. Mercedes-Benz. Das Beste oder nichts.